Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Guild Wars 2. Ich sage extra nicht Let's Play Together diesmal, weil ich wieder alleine unterwegs sein muss. Ihr habt ja vielleicht gemerkt, es gab gestern und heute gar keine neuen Folgen. Ich war ein bisschen terminlich im Druck und konnte deswegen nicht aufnehmen. Das heißt, jetzt muss ich, damit ich ein bisschen Material wieder habe und euch nicht nur die ganze Zeit vertrösten muss, mache ich jetzt ein bisschen Solo was. Ich habe ja auch noch was zu tun und zwar muss ich questmäßig hier mit Gigs reden, um meine Sachen mal komplett abzuschließen. Und dann mal sehen, was ich noch so hinkriege für euch, damit ihr euch nicht so langweilt ohne mich. Willkommen, Rekruten. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz hier noch was einstellen. So, jetzt geht's los. Wo muss ich denn überhaupt hin? Äh, ach ja, zur Abtei, genau. Ihr steht wache an der Grenze zwischen Leid. Ich habe gerade übrigens so einen kleinen komischen Bug und zwar, wenn ich die Frame-Begrenzung in Guild Wars auf 60 Frames pro Sekunde stelle, zeigt er nur noch 30 an. Warum? Wissen die Götter. Ich habe es jetzt mal ausgestellt. Ist für euch auch egal, weil ich nehme ja eh mit 30 FPS auf. Ja, jetzt habe ich auch gerade nicht so viel zu erzählen. Nichts vorbereitet oder so. Ich wollte einfach noch schnell ein bisschen was aufnehmen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ja, der ein oder andere hat vielleicht gemerkt, äh, ich nehme auch Aliens Colonial Marines auf. Und, äh, wie ich auch schon erklärt habe, das ist einfach so. Da kann ich zwischendurch auch mal Solo irgendwas machen für ein paar Minuten, schnell mal eine Folge spielen. Quasi so wie jetzt hier. Und das kann ich natürlich im Let's Play Together, äh, höchstens ausnahmsweise mal machen. Weil ich natürlich nicht immer die Leute auf Kommando bereitstehen habe, dann, dass ich nur sagen brauche, hey, ich will jetzt aufnehmen, kommt alle. Und die schreien alle, juhu, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Nein, so funktioniert das leider nicht. Man muss seine Leute schon ein bisschen, äh, bei der Stange halten und auch ein bisschen was Regelmäßiges machen. Ist ja auch logisch. So, jetzt habe ich, äh, jetzt habe ich gerade Post gekriegt. Ach, Soja schreibt mir, mhm, 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 verfolge Fortschritte, sorgt euch nicht über den Verlust des Dorfes. Sie hat gerade einige spannende Entwicklungen. Also ihr könnt euch das ja in Ruhe durchlesen, macht einfach, äh, das Video auf Pause. Ich klicke das jetzt weg und quatsche mit meinem Freund und Chef Giggs. Hallo Giggs. Einen guten Tag auch. Siren und ich sprachen gerade von eurer jüngsten Prüfung. Es ist tragisch. Einfach tragisch. All diese Zerstörung. Ich kann es nicht genug betonen. Den Drachen muss Einhalt geboten werden. Der einzige Lichtblick an der Situation ist, dass ihr viele Leben gerettet und Verbündete für die Abtei gewonnen habt. Als Verwalter ist es mir eine Ehre, euch in den höchsten aktiven Rang der Abtei zu befördern, den des Magisters. Hab Dank, Verwalter Giggs. Ich fühle mich sehr geehrt. Glückwunsch, Magister. Mhm. Feiert ruhig. Aber einen kleinen Auftrag gäbe es auch noch zu erledigen. Eine Mitarbeiterin hat neulich eine neue Gleichung entwickelt, die Schwachpunkte höherer magischer Wesen anzeigen könnte. Wie zum Beispiel Drachen. Merva hat der Abtei eine Kopie ihrer Forschung angeboten. Ich möchte, dass ihr nach Löwenstein geht und sie holt. Hört sich gut an. Treffen wir uns in ihrem Haus. Es liegt am Strand, bei der Westbastei. Ja, Magister Deutran, das klingt doch schon nach was, oder? Natürlich war ich ja auch schon Weltenbeherrscher und alles mögliche andere. Aber Magister füge ich doch gerne meiner Sammlung nutzloser Titel hinzu. Dann wollen wir uns mal treffen. In Löwenstein. Soll ich mich da jetzt einfach hinporten, oder soll ich laufen? Es ist... Ja, doch. Es ist schon eine ganze Ecke. Oder? Na komm. Ich will ja eh Zeit totschlagen, ne? Also eure jetzt. Da laufe ich doch einfach mal. Das hat natürlich auch was, wenn man ein bisschen mehr die Landschaft sieht, als wenn man immer nur so hin und her teleportiert, dann kommt einem die Welt auch nicht so klein vor. Also, die Welt kommt einem dann groß vor. Nehmen wir euch hin. Kann ich ja in der Zwischenzeit mal eben einen Blick drauf werfen. Was sind denn heute die Tagesquests? Ihr kennt das ja sicherlich, äh, von dieser Auswahl muss man nur beliebige 5 erledigen. Dann hat man die Tagesquest abgeschlossen. Für den Tag. Logisch. Mal sehen, vielleicht, äh, erledige ich ja unterwegs das ein oder andere. Und dann kann man am Schluss vielleicht noch ein bisschen den Rest machen. Wenn ich das denn jetzt heute mache. Weil ich habe selber noch keine Idee, was ich eigentlich vorhabe. Ein bisschen die Storyquests so weit machen, bis sie, äh, an einem bestimmten Punkt mit denen der anderen zusammenläuft. Weiter werde ich die alleine auf jeden Fall nicht machen. Und, ähm, wenn dann noch Zeit ist, würde ich vielleicht noch ein bisschen die Daily machen oder was auch immer. Was sie so ergibt. Vielleicht auch irgendeine interessante Geschichte am Wegesrand. Was auch immer uns da erwarten mag. Ja, und, ähm, Dark Age of Camelot. Äh, Schande über mich und... Mea culpa Asche auf mein Haupt. Diese Woche. Ganz bestimmt werden wir irgendwas aufnehmen. Und das werden wir dann auch so gleich online stellen. Jawohl. Das sage ich und das meine ich. Das wird so passieren. Nagelt mich darauf fest. Und möge ich in, in, in ewiger Schande dahin vegetieren, wenn ich mich nicht daran halte. Entschuldigung. Guck mal, da sind sie ja noch noch... Ah, Moment, die, die Sehenswürdigkeit. Ja, das sind die großen Probleme in der Welt von Guild Wars 2. In welcher Farbe soll man eigentlich das Holz streichen? Wie wär's zum Beispiel mit Holzfarben. Entschuldigung. Aber irgendwas muss ich euch ja erzählen. Sonst ist das so still. Ich bin das ja... Wir machen ja meistens Let's Play Together. Ich bin das ja gar nicht gewohnt, so viel alleine immer zu quatschen. Ja gut, bei, bei Aliens, da kann ich quatschen. Allerdings mach ich das da auch nur. Nervosität ein wenig zu verdrängen. Weil ich bin ja der totale Alien-Fan. Aber ich bin auch der totale Alien-Fürchter. Falls ihr das guckt, ist euch das vielleicht schon aufgefallen. Ah, da ist eine hübsche Sehenswürdigkeit. Kann ich die hier eben so en passant abgrabbeln? Wie komme ich denn... ...da hin? Na, geht doch. Geht doch, wie eine Bergziege. Aber... Hä? Nein. Komme ich hier hoch? Muss ja irgendwo. Nicht? Nicht? Das ist schlecht. Was sagt eigentlich gerade mein Inventar? Oh, das ist schön aufgeräumt. Habe ich hier irgendwas, um höher zu springen oder so? Ne, gibt's auch, glaube ich, gar nicht. Gut, ich pfeife mir mal so ein Leckerli rein. Einfach, weil es da ist und... ...ich es bestimmt irgendwie gleich kämpferisch nützlich brauchen kann. Was hat mir das gegeben? Ja, Lebensentzug bei kritischen Treffern zum Beispiel und mehr Erfahrung. Das ist doch schön. Nur hilft es mir überhaupt nichts, hier hochzukommen. Ja, was zum... Ja, was zum... Ja, was mache ich denn hier falsch? So kennt man mich doch gar nicht. Es muss doch irgendwie hier gehen. Bestimmt hier im Gebüsch ist da der Aufgang versteckt. Jawohl. Nein, nicht. Aber wenn ich noch weiter hier rumgehe, dann falle ich in irgendwelche Löcher. Also, das ist es auch nicht. Aber das fängt ja gut an heute. Aha. Aha. Nee, das hilft mir nicht weiter. Ich dachte, da oben käme man vielleicht her. Das muss ich jetzt mal abschicken. Oh, was zum Sammeln. Das muss ich immer mit... Ich brauche mal neues Sammelwerkzeug. Aber ich will ja immer das alte erst verbrauchen. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Das sieht nicht so aus, als käme ich hier irgendwo nochmal hoch. Nee, da ist nur der Zonenübergang. Da habe ich ja auch nichts von. Hallo, Moskito. Ich kann übrigens keine Moskitos leiden. Oh, Meister des Overkills. 13.035 Schaden. Ja. Macht mich besser nicht wütend. Ja. Aber der Lösung meines Problems war das jetzt immer noch nicht zuträglich. Und von hier aus komme ich auch nicht irgendwo da höher, sondern ich habe hier wirklich nur diese Stelle. Oh, hä? Was zum... Also, 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 Moment mal. Hier kann ich hochgehen. Und hier nicht. Aber hier kann ich hochgehen. Das habt ihr bestimmt gewusst. Ihr habt euch jetzt köstlich amüsiert, wie ein Crewleiter Deutran total verpeilt und verstrahlt da steht und nicht hochkommt. Wenigstens lohnt sich die Aussicht. Ja, wenn man hier wohnt, da seine Villa stehen hat oder so, das macht schon was her. Kann ich hier noch... Ne, ich dachte, das wäre vielleicht was zum Sammeln. Ist es aber gar nicht. Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen oder Wünsche, was ich mal machen kann, wenn ich das nächste Mal wieder Solo-Folgen aufnehmen muss. Damit ich nicht ganz so planlos und ziellos durch die Gegend renne, ohne zu wissen, was ich eigentlich tun soll. Ohne meine Crew bin ich ja total aufgeschmissen. Und dann kann ich mir schon direkt irgendwas Sinnvolles vornehmen. Was euch dann auch Spaß macht. Oh, kann nochmal ernten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Folgen das werden. Weil ich hab die Hoffnung, dass wir vielleicht im Laufe der Wochen... Oh, Level Up! Hey, cool! Dass wir vielleicht im Laufe der Woche nochmal... Ähm... Äh... Wirklich zusammenspielen können und dann auch was Vernünftiges machen. Ja, was soll ich jetzt hochziehen? Ich ziehe mal Akane Macht hoch. Jawohl. Das hier jetzt also nicht, äh, quasi bis Sonntag wieder, weil sonntags spielen wir normalerweise, äh, Solo-Folgen mache. Das hat zwar auch irgendwo seinen Reiz, aber nur Solo-Folgen ist natürlich auch blöd. Vor allem, wenn im Titel immer steht, let's play together und dann renne ich alleine rum. Ist ja auch nicht, äh, der Sinn der Sache. Aber so ausnahmsweise muss es auch mal sein. Das lässt sich jetzt, äh, nicht vermeiden. Man munkelt ja, ich hätte noch ein, äh, Reel Life. Und die anderen natürlich auch. So, ich rotiere jetzt einfach in aller Seele durch meine Einstimmung. Bei Erde lege ich dann immer, äh, einmal dieses Armee-Feld mit dem Unten. Und, äh, hier der Stoßbälle, die Macht bewegungsunfähig und hat auch noch mal... Hat allerdings einen ziemlich langen Cooldown. Aber so oft dann auf einen, äh, stacken. So mit den anderen sind das hier, äh, gerade mal in den achten Stapeln. Da ist natürlich, äh, da brechen alle Dämme in den Arterien. Das zeige ich jetzt mal. So, das Vergiefen mache ich mir weg. Weil es ja auch meine Heilung beeinträchtigt. Oh, da liegt jemand am Boden. Das soll nicht sein. Ist der ganz tot? Ist ganz gut. Habe ich zu viel gequatscht? Zu wenig auf meine Mitspieler aufgepasst. Das tut mir leid. Zu viele Spieler beleben wieder. Naja, wenigstens, äh, merken ja ganz viele Leute haben ihn lieb. Also, kann auch eigentlich so traurig sein, dass er gestorben ist. Ohne Cooldown ist die Falle nutzlos. Soll ich mir jetzt hier Cooldown holen? Hm, ich sag mal so. Wenn ich gleich wiederkomme, dann kann ich ja hier die Herzquest noch fertig machen. Ansonsten würde ich dann aber doch lieber erstmal die Storyquest noch weitermachen, ein Stück. So oder so sehen wir uns aber in der nächsten Folge. Tschüss!